So, wir sind bei unserem monatlichen Betriebsausflug. Den machen wir ja immer, um ein bisschen Team zu bilden, also die Redaktion näher zusammenzuführen. Dazu nehmen wir dann immer zwei Gewinner mit, den Adi und den Bernhard. Und da haben wir uns gedacht, es ist doch ganz praktisch einfach, um dieses Wir-Gefühl in der Redaktion ein bisschen zu stärken, in die Paintballhalle nach Bergheim zu fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.